So, da geht's direkt weiter und zwar sogar im nächsten Part, da hab ich ja rechtzeitig unterbrechen können. Danke dir, Steam, dafür. Was hast du zu sagen? Maschok, macho Maschok. Ah, ein Maschok ebnet das Land. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden, Jungspund. Ja, ja, ich bin jung, ich bin zehn Jahre alt. Warte mal. Ich habe ein Schiki gefangen, aber dieses Pokémon macht nur gemeint. Ich denke, ein guter Trainer sollte Schiki richtig erzielen können. Ja. Na, ich wollte sie sehen. Ich wollte sie doch nicht ein drittes Mal ansprechen. Ja. Mein Pikachu mag mich. Also, von der Dame erhält man das Schiki, das ist im ... in der Serie ist das Schiki sehr rebellisch. Das hat sich mit einer Gruppe anderer Schikis zusammengetan und sorgt nur für Unruhe und Unäschfang. Da fängt es sich dann am Ende. Pokémon können gut oder böse sein, dass sie ganz von ihren Fein ab. Ja, Pikachu, du bist böse, du willst alles ausweiden und töten. Es gibt mehrere Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Team Rocket spielt seltene Pokémon und verkauft sie. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Moin Geek. Hallo. Kann ich dir mehr hilflich sein? Hehehehe. Oh, ich hab schon 14.000 Poké. Kaufe mir Pokébälle. Kaufe mir Pokébälle. Zehn Stück. Einfach nur, damit wir sie haben. Äh, hier, Supertränke. Zehn Stück. Einfach nur, weil es viel kostet. Eisheiler. Fünf Stück. Einfach, weil man sie gebrauchen kann. Aufwecker. Aufwecker. Fünf Stück. Ich wiederhole mich. Na. Paareheiler. Fünf Stück. Ja. Und Schutz für den Rest meines Geldes. Sieben Stück. Sieben Stück. Man weiß ja nie, weil man keinen Bock auf Pokémon hat. Was? Wie, ich kann keine weitere Items tragen. Ich bin voll? Man kann voll gehen? Willst du mich eigentlich verarschen, oder wie? Ich wusste gar nicht, dass man voll gehen kann. Was für ein Blödsinn. Taubsy! Nein, ich wollte gar nicht raus. Verdammt! Ah, warum ist deine Tür nur so groß und von außen so klein? Ich lasse Taubsy einen Brief nach Saphonia City im Norden bringen. Ich habe so eine leicht weibliche Stimme von meiner Mutter. Liebe Niki! Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre Stifte... Team Rocket! Ich bin gefühlt in Saphonia City! Unruhe. Ich hier in... Orania City! Scheint es sicher zu sein. Ja, wer jetzt noch nicht wach war, müsste an sich wach geworden sein. Ja, ich habe gebrüllt. Erlebt mich nicht in Super Meat Boy. Pokémon-Fan! Alle Pokémon-Fans sind willkommen! Yay! Mein Pikachu freut sich. Mein Pikachu freut sich. Äh... Mein Pikachu hat wohl einen... Pipi hat es liebgewonnen. Pipi hat es liebgewonnen. Joorock. Ich liebe meinen Juchu. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Ja, bestimmt quiekt es. Ah, lass mich raus, Hilfe. Nein, ah. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hierher gekommen und etwas über meine Pokémon zu hören? Ja, ich muss jetzt mir deinen beschreiten. Sehr schön. Dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, ähm, klug, äh, und, äh, aufregend, genau. Stimmst du mir zu? Es ist, äh, majestätisch, freundlich. Ich liebe es. McDonalds. Wenn, äh, schläfend, äh, warm und kuschelig, äh, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Du hast keinen Platz für weitere Items. Nein! Ey, man kann wirklich folgen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, verkaufe ich das Nugget einfach. Kein Platz für weitere Items. Sehr süß. Das kommt mir gerade zum ersten Mal vor. Das passiert mir gerade zum ersten Mal. Kein Platz für weitere Items. Nein, ich will nicht kaufen. Ich will verkaufen. Verkaufe ich das Nugget. Ja, dann habe ich wenigstens wieder Geld. Okay, Platz für weitere Items. Nein, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ah, die Stadt ist ja nicht mal unübersichtlich. Ja, genau. Ja, mein Pikachu hat das Pipi-Lied gewonnen. Ich hoffe, ich muss mir dieses Geschwaffe nicht mal anhören. Ja, ja, bist der Vorsitzende. Du hast sehr viele Pokémon gefangen. Ich bin der Klein. Du bist der Klein. Ich blablub. Also bist du hergekommen und jetzt bist du mit mir... Ah, ja. Ja, ja, rät weiter. Danke, dass du mir zugehört hast. Nochmal. Nimm dieses Geschenk von mir. Ich habe einen Radcoupon erhalten. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Imitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Und ich glaube, Pipi interessiert das einen. Nimm, Dreck. Kann ein Pokémon von mir zerschneiden? Habe ich überhaupt schon einen Zerschneider? Äh. Oh Gott. Ich glaube, ich bin dann mit dem Zerschneider vorbeigelaufen. Soll ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, wo Zerschneider herkamen. Oder ob ich halt Zapf ein Pokémon... Hm. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ç